So, also ich hab schon vielen Leuten vom Hambesburger erzählt. Meine Kumpels glauben nicht, dass es so gut ist. Und jetzt hab ich mir mal den Doppelten bestellt. Dreifach war ich auf der Karte, hätte ich aber auch haben können. Und ja, ich find das sieht lecker aus. Jetzt probier ich mal, ob ich den ohne Besteck essen kann. Ich glaub, es wird nix. Den größten Fehler hast du grad gemacht, du hast das Ding rausgezogen. Ja, hab ich gemacht. Ich hab oben da. Einfach muss ich abbeißen. Okay. Also das Ding drin lassen. Das Ding drin lassen. Jetzt sieht ja nicht mehr ganz so schön aus. Nächstes Mal lass ich's drin das Ding. Beim Einfachen geht's, beim Doppelten muss man's drin lassen, glaub ich. Okay. Jetzt wird's ungemütlich. Tschüss. Das Ding drin. Dann geht's nicht mehr.